Hallo, in diesem Video möchte ich euch einen kleinen Zaubertrick zeigen. Nämlich habe ich hier ein ganz normales Glas, beziehungsweise in dem Fall ein Senfglas. Das kriegt ihr natürlich überall her und sonst könnt ihr auch ein ganz normales Trinkglas nehmen. Auf jeden Fall ist hier ganz normales Leitungswasser drin. Ihr könnt das Glas einfach zur Hälfte füllen, ihr könnt aber auch mehr rein tun, das ist euch überlassen. Ja, und jetzt zeige ich euch den Zaubertrick daran. Ihr nehmt einfach eine ganz normale Unterlage für Gläser, ein ganz normaler Bieruntersetzer zum Beispiel. Ja, und den tut ihr dann ganz einfach auf das Glas drauf, haltet es oben zu, dreht das Glas um und dank dem Unterdruck fließt das Wasser jetzt nicht aus dem Glas raus. Und das ist wirklich ein cooler Trick, wie ich finde. Ja, das war's von dem Video. Ich hoffe, ihr findet den Trick auch so cool. Und ja, ein ziemlich cooler Trick, um Freunde zum Staunen zu bringen.